Die Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen will die Fläche des ehemaligen Standortübungsplatzes der Bundeswehr in Friedrichsfeld als Ausgleichsfläche für die geplante Küstenautobahn 20 entwickeln und die öffentliche Nutzung als Naherholungsgebiet drastisch einschränken. Entsprechende Anträge auf ein Planfeststellungsverfahren beim Land werden jetzt gestellt. Die Verfahrensdauer wird auf zwei Jahre geschätzt. Die konkreten Planungen werden der Öffentlichkeit bei einer Informationsveranstaltung in Fahrel vorgestellt. Künftig werden zwei Drittel der Gesamtfläche, dessen Nutzung durch Wanderer, Jogger und Läufer sowie Radfahrer oder Reiter bislang toleriert worden war, für die Öffentlichkeit gesperrt. Der offene Landbereich sei künftig nicht mehr zugänglich. Das Hauptziel dieser Maßnahme sei der Wiesnvogelschutz.